Es soll eigentlich ein Sketch-Video werden. Falls es nicht was Sketchy sind, das sind Leute, die in verschiedenen Rollen schlüpfen. Los geht's. So, mein Fotoapparat soll heute normalerweise funktionieren. Ich habe mal Vorschlag. Ich sehe ihn wieder. Was geht das nicht? Jemand hat gesagt, ihr soll zu hinkommen. Stimmt das irgendwie oder heimisch vertan? Ich weiß das nämlich gar nicht. Ja gerne, ich kann mit dir anfangen. Bleiben Sie mal da schüren. Eine Kacke hier. Machen Sie mal was hier, was ihnen steht. Machen Sie mal diesen Affen hier nach. Machen Sie mal diesen Affen hier nach. Mit den. Okay. Meine Kamera muss jetzt wieder hochfahren. Bisschen Lächeln. Licht aus. Bisschen Lächeln. Bisschen Lächeln. Und nochmal bitte, aber bitte jetzt. So. So. sie sind perfekt und ja das war es eigentlich noch gar nicht so soll ich ihnen noch zeigen wie sie das richtig machen sollen sie haben nicht so gemacht sie haben nicht so wie so ein Affe nein ich will mir haben machen die Bezau ich habe mir die Bezau ich habe mir die Bezau ich habe mir das nicht nur Das ist eine gute Melde der Toffi. Danke. Er ist an der Tür. Und dann gehen sie mal da hin. Danke für ihre Fotos, sie kann abhauen. So, wünsch mal wie die nächste ist. Was es für Spiele gibt. Danke. Nicht noch mal. Faltazia. Okay. Hope you guys make me a video. Bye.